Heyo Leute, wie geht's euch? Hier ist Kati von TheKatiLive und heute möchte ich ein GoPro Zusammenschnitt machen von meinen ganzen GoPro Sachen, die ich so heute mache. Einen Helm auf und da werde ich die GoPro gleich mal dran machen und dann geht's los. Einen Helm auf. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020